In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr den Lupicino ganz einfach in der Siebträgermaschine zubereiten könnt. Wichtig ist, den Siebträger nur mit zwei Drittel der Pulvermenge zu befüllen, da die Lupine in Verbindung mit heißem Wasser deutlich stärker quillt als herkömmlicher Kaffee. Solltet ihr somit beim ersten Mal etwas Probleme beim Durchlaufen bekommen, dann versucht das nächste Mal einfach etwas weniger Pulvermenge in den Siebträger zu geben, um auch einen genauso cremigen und leckeren Latte Macchiato Lupicino genießen zu können. Bis zum nächsten Mal.